Meine Erfahrungen, wo ich damit gesammelt habe, oder wie sich das jetzt alles so ein bisschen bei mir entwickelt hat, also vom Anfang nochmal zurück war es so, ich bin in dem Zeitpunkt zu dir gekommen, einfach um der bekannteste Anbieter meiner Region zu werden, mich ein bisschen weiterzubilden, auch den Kunden stammgrößer zu machen, weil wir eine relativ kleine Werkstatt waren, was ich auf jeden Fall sagen kann, durch die Gruppe hast du eine enorm hohe Reichweite, es kommen Leute von überall hierher und wollen dich kennenlernen so ein bisschen, also es ist schon so leichtes Rockstar-Feeling. Die Entwicklungen, muss ich sagen, sind momentan so, wir wissen gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, mittlerweile ist es wirklich so, wir suchen Mitarbeiter oder wollen jetzt auch einen Mitarbeiter suchen, dass wir uns wieder entlasten können einfach, weil wir nicht wissen, wo wir anpacken können, weil sich das so enorm entwickelt hat. Auf jeden Fall auf jedes Mal danke, für dich oder dein ganzes Team eigentlich. Ja, in dem Fall, liebe Grüße von der Rockstars aus Freeling. Ja, hör'n. Ja, hör'n. Da, hör'n. Ja